Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch Danke zu sagen für eure unterschiedlichen Mails, die ihr uns schickt, die Ermutigung, wo ihr uns anfeuert, den Job weiterzumachen, das begeistert und uns zu hören, was Gott alles macht mit diesen Predigten, die online gestellt werden. Ich finde es faszinierend, wie viele Menschen ihre Begabungen zur Verfügung stellen, wie viele Menschen auch Geld zur Verfügung stellen, dass dieses Online-Tool überhaupt machbar ist. Und einmal im Jahr überlegen wir uns als Kirche, was wäre noch möglich, um mehr Menschen Gottes Liebe nahezubringen. Das nennen wir REACH. Und REACH-Gedanke ist, dass wir uns Projekte überlegen, Ideen überlegen, um Gottes Liebe weiterzugeben. Ihr werdet in diesem Podcast auch ein Projekt kennenlernen, aber REACH ist viel mehr als ein Projekt. Es ist der Gedanke, wenn wir gemeinsam großzügig sind, können wir unfassbar viel bewirken in dieser Welt, damit Menschen Gott kennenlernen, die ihn bis jetzt nicht kennen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du auch zu Hause überlegen und einfach diesen Gott fragen, ob du mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld dich großzügig beteiligen magst, mit einer kleinen oder großen Summe, dass mehr Menschen noch Gottes Liebe erleben können. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei der folgenden Predigt und auch ein krönes Abenteuer dabei, mit Gott zu überlegen, ob es dran ist, ein Projekt oder mehrere Projekte über die nächsten Jahre hinaus zu unterstützen.